Intro Hallo und so und schön, dass dabei bist. Wir spielen eine Runde Minecraft Jump League mit mir. Hallo. Und ja, ich war ja ein bisschen inaktiv und ich habe auch jetzt nicht allzu viel Zeit, deshalb auch ungeschnitten. Aber wenigstens kann ich jetzt mal wieder was rausbringen. Und zwar, ja, ich hatte einfach ein bisschen keine Zeit, ein bisschen keine Lust, ein bisschen von beidem. Und ja, deshalb jetzt erst wieder ein Video. Kann ich das schaffen? Ja, perfekt. Und ja, der Spiel direkt Jump League. Ah, das wurde ja nicht mal verkürzt. War auch ein bisschen nervig, muss man sagen. Ich hatte gerade, oh stimmt, ja, das war auch gerade ein kleiner Fail. Ich hatte gerade eine richtig spannende Jump League Runde. Vielleicht blende ich hier auch jetzt mal kurz so einen kleinen Ausschnitt ein, wie spannend die war. Also anhand von meinem Rumgeschreie. Denn jetzt kommt's. Ich habe, wie immer, meine Aufnahme gestartet. Ich hänge bei Moodle 2, oh mein Gott. Und habe meine Aufnahme gestartet, halt auf F10 gedrückt und normalerweise nimmt dann Open Broadcaster auch auf. Nur diesmal halt nicht. Und dann hatte ich eine Aufnahme ohne Bild. Und das war höchst ungeil. Deshalb, ja, war eigentlich voll die spannende Runde. Ich habe es irgendwie noch durch das Deathmatch geschafft und wurde dann sozusagen Zweiter. Ja, aber das bringt mir jetzt auch nichts mehr. Denn die ist nicht existent. Das ist so kacke. Naja, ich hoffe mal, dass ich diesmal aufnehme. Denn sonst kriege ich so einen kleinen, alter ist ja knapp, Raster. Und ja, ich habe auch ein bisschen was am Setup geändert. Ich hoffe, man merkt es. Ich hoffe, ich habe es überhaupt richtig gemacht. Ich denke mal, sodass man die Tastatur hoffentlich nicht mehr so laut hört, wie bisher es immer... Oh Gott, der Fall war... Jo Gott, wer den versteht, der spielt League of Legends. Tja, und mehr gibt es dazu nichts zu sagen. Ich habe ziemlich viele Uns in den letzten paar Sätzen eingebaut, weil mir keine anderen Wörter bekannt sind, weil ich nix Deutsch. So. Warum spiele ich Jump League? Ach ja, weil Skywars noch beschissener gerade ist. Ich habe zu lange kein Minecraft mehr gespielt. Ich habe auch deshalb... Nein! BeamNG Drive gespielt. Kam anscheinend ziemlich gut an. Hätte ich nicht erwartet. Weil es ungefähr 100 Leute täglich hochladen. Ich habe einfach echt mal geguckt. Also ich habe BeamNG Drive auf YouTube gesucht und hochgeladen in der letzten Stunde. Da waren einfach sieben Videos. Von einem und demselben Spiel. Verdammt. Und wenn man generell immer BeamNG Drive anguckt, als der Hype da war, alter. Da sind aber 100 Videos am Tag runter durchgeflossen. Das war so krass. Naja, es ist aber auch, glaube ich, noch in der Alpha-Phase. Das heißt, ich hole mir jetzt erstmal die Truhe hier oben. Oh! Das war so lächerlich, letzte Runde. Ich habe bis Modul 8 kein einziges Eisenzeug gehabt. Also keine Eisenbrust und auch keine Eisenhose. Alter, was ist das denn? Was soll ich denn noch mehr machen? Und... Tja. Wie soll man sagen? Das war ein bisschen kacke. Weil ich hatte auch keine Steinschwert oder so. Auch keine Eisenachst. Auch nicht bei Modul 9. Wo ich dann auch nur die Kiste sogar bekommen habe. Nein! Bekommen habe. Und... Tja. Da habe ich dann auch direkt gesagt. Also German Let's Play und so. Was ist das denn? Haben die ja immer bei Modul 5 direkt so ihr Steinschwert oder ihre Eisenachst. Und bei Modul 8 haben die dann ihre Eisenscheiße, ne? Ganz selten. Ey, das ist doch nicht wahr. Was ist das denn für ein Kacksprung? Ganz selten mal nicht. Haben die überhaupt nichts. Oder halt kein Steinschwert oder kein Eisenkram. Eins von beiden hatten die eigentlich... Ich hatte einfach erst Modul 9, dann Eisenkram. Oder Modul 8. Und dann... Tja. Kein Steinschwert at all. Ja! Ja, 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 ja. Ja. Das Modul wird even schlimmer. Warum? Ich habe mich vorhin über Zaun springen... Was? Ja, okay. Ich bin dann mal gebumst. Ich kann mich dann mal vergraben gehen. Der hat einfach nach, keine Ahnung, 3 Minuten das Ziel erreicht. Ich bin dann mal raus, ne? Alter, wir werden so gebumst. Und ich wurde letzte Runde einfach zu Tode getargetet. Ich habe... For real, in den ersten 20 Sekunden meine zwei Leben verloren. Der hat eine Holzhaxt. Die waren ja noch schlechter als ich. Wo war ich überhaupt? Keine Ahnung. Vielleicht war ich gar nicht allzu schlecht. Chut, chut. Wir sind der Bummszug. Meine Kills. Pick up dead kills. So. Alter. Ich habe einen. Und jetzt einfach rennen. Ich hatte auch vorhin meinen F5. Nicht auf Q. Weil ich ja... Ne... Also... Das kann ich auch mal erzählen. Ich habe einfach meinen PC nochmal neu aufgesetzt. Aus Versehen sozusagen. Ich wollte das nicht. Aber... Ich habe es halt aus Versehen gemacht. Komm, geh mal da rein. Spür mal mit dem ersten. Der hat auch nur Scheiße. Und der ist schlecht im PvP anscheinend auch noch. Ja, doch. Ja, aber er hat mehr Sustain als ich. Verdammt. Naja. Aber wir haben... Ich habe mit dem auch noch zwei Leben. Ich hatte halt... Verdammt. Ich vergesse jetzt... Jetzt muss ich mich dran gewöhnen, dass auf... Der macht viel mehr Schaden als ich. Fällt mir gerade mal auf. Der macht tausendmal mehr Schaden als ich. Fällt mir gerade mal auf. Obwohl er auch nur einen Steinshit hat. Okay, was heißt nur, aber... Fünf Attack Damage ist doch... Da wurde auch nichts geändert auf Play Myity. Die haben ja auch dieses Rechtsklicken da geändert. Deshalb habe ich mir vielleicht mal direkt nachgeguckt, ob da vielleicht noch was anderes im Busch ist. Aber nein. Alles legit. Naja. 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 Ja, okay. Der Typ ist raus. Er hat noch zwei Leben. Ich habe ein Leben. Er macht aus irgendeinem Behindertengrund viel mehr Schaden als ich. Ich bin dann mal... am Sterben. Alter, meine... Verdammt, Familie fällt auch kein besserer Zeitpunkt ein, ne? Ich bin so gelutscht. Und er läuft einfach um den Schwennen jetzt fast komplett rum. Ach komm, lutsch mich auf. Nein! Verdammt! Aber egal. Aber der war so schnell da. Naja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss! 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 Tschüss!